Das ist unser Räuchermax. Ein Räuchergerät für Gastronomie und auch für den Hobbygebrauch. Er ermöglicht Räuchern und Garen in einem einzigen Arbeitsgang. Den Räuchermax gibt es in drei Größen. L, XL und XXL. Und was kann der Räuchermax? Der Räuchermax ist perfekt geeignet für das Räuchern von Fisch, Geflügel, Fleisch, Käse, Gemüse, Spießen und vielem mehr. Das Zubehör des Räuchermax besteht aus einem normalen Rost, einem Forellenrost, einem Tropfblech, einer Räucherpfanne und Räucherspänen. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Nehmen wir das Räuchern von Forellen als Beispiel. Zuerst kommt die Pfanne mit den Räucherspänen und das Tropfblech in den Räuchermax. Danach der Forellenrost und natürlich noch die Forellen. Ofen zu und feuerfrei. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Viel wichtiger aber ist der tolle Geschmack. Aber warum werden die Forellen liegend geräuchert und nicht wie man es kennt? Ist doch klar. Durch das Liegendräuchern bleibt der Saft im Räuchergut erhalten. So wird der Geschmack intensiviert und das Gewicht des Räucherguts ändert sich während des Räucherns kaum. Heizstäbe und ein spezieller Thermostatfühler ermöglichen ein schnelles Erreichen der Betriebstemperatur und sorgen für eine konstante Temperatur des Garraums. Die Bauart des Räuchermax garantiert eine optimale Rauch- und Wärmezirkulation und somit ein gleichmäßiges Räucherergebnis auf allen Einschubebenen. Die Tropfbleche verhindern ein unerwünschtes Tropfen des Räucherguts auf die darunterliegenden Ebenen. Es gibt keinen Druckaufbau im Ofeninneren. Das Risiko einer Verpuffung wird somit ausgeschlossen. In Sachen Stromverbrauch ist der Räuchermax übrigens unschlagbar. Die komplette Isolierung des Innenraums garantiert ein Maximum an Leistung bei einem Minimum an Energieaufwand.